Hallo, herzlich willkommen zu deinem Einrund. Monster Builders! Mit Fex aus einer Stimmbehinderung immer noch. Christmas. Ja, ich bin am Stisse. Mein Nisse. It's every time for Christmas. Was machen wir denn da jetzt hier mit Christmas, sag mal? Große Brüste für Christmas. Ähm, 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 ähm. Was macht ihr? Ich baue einen Tannenbaum. Bin noch am überlegen. Ja, ich baue einen Tannenbaum. Ähm, so ähnlich. Äh, wo ist es? Äh, hier. Ähm, puh. Aber das ist wieder so eine zeitliche Sache, ob man das noch schafft. Mensch, jetzt fliege doch, du Hure. Eins, zwei, drei. Fliege doch, du Hure. Perfekt, Sir. Das ist nicht gut, mein Freund. Was? Na, komm schon, komm schon, komm schon, ja. Du musst noch nicht so kurz sein, so zack. Vier Minuten noch. Ja, easy. Das ist echt ziemlich... Läuft doch. Haben wir irgendwie einen anderen Schwierigkeitsgrad genommen oder so? Nee, waren doch fünf Minuten für uns immer. Okay. Du hast wirklich diese wenig Zeit. Das ist hier und das ist... Oh, wo ist es? Wo, wo, wo ist es? Oh, oh. Wo, wo, wo ist es? Wo, wo, wo ist es? Da. Happy time for Christmas. Wollt ihr euch schon noch einer? Ähm, geht so. Magst du nicht so? Das ist auch nicht so mein Ding, eigentlich. Nee, das ist... Wissen ich, das ist immer so... Dieses Familiengedöns halt immer so mega viel. Dieses... Auch dieses teilweise so gekünstelte halt. Also... Gerade in unserer Familie ist das halt manchmal ziemlich traurig. So. Auf Krampf, Weihnachten. Ja, was ich halt das ganze Jahr gar nicht. Und dann müssen wir auf jeden Fall so... So der Zwang, so weihnachtswesend mit Familie zusammen zu sein. Und das ganze Rest ist ja eigentlich total egal. Genau. So meinst du das? Das ist halt so geheuchelt irgendwie. Ja. Das ist schade. Aber das ist halt öfters so, dass du halt einfach... Hat man immer wieder häufig. Ja. Ja, sieht scheiße aus, mein Weihnachtsbaum. Werde auch. Werde auch. Ich hätte einfach anders anfangen sollen. Aber egal, es geht nicht anders. Mein Name ist Thomas Anders. So, wie hab ich denn das jetzt hier so da noch? Oh Mann, ey. Versteht's schon verkackt oder was? So. Naja, irgendwas. Hauptsache wir... Wie viel Zeit haben wir denn noch? Hauptsache wir machen mit. Nicht mehr lange, so. Ich weiß gar nicht, wie lange. Zwei Minuten. Oh, Alter. Das sieht so kacke aus. Ja, ich weiß halt nicht, ob so ein... Einfach so ein Weihnachtsbaum halt... Also einfach ein Tannenbaum halt, ob das schon irgendwie Weihnachten ist, weißt du? Eigentlich ja eher nicht so. Also, das ist ja irgendwie grad mal die halbe Miete, wenn überhaupt. Können wir denn noch bauen? Red's doch nicht kaputt, Mann. Können wir noch bauen? Oh, was? Ich will auf die Uhr nicht gucken. Ich krieg auch nicht mal meinen Baum fertig. Ja, eben. 1,4 Minuten. Ach du Scheiße. Uh, schneller bauen. Oh. So, okay. Zack, zack. Bin ich jetzt schon höherer bei Paxo? So, okay. Okay, ja. Zack, zack, zack. Jetzt geh jetzt rund. Ja, jetzt hab ich raus. Ja, so gut wie fertig und die anderen können einen packen. So meinte ich das auch nicht. Ja, aber so wird's sein, weißt du? Was haben wir denn noch jetzt? Es ist so, was können wir mal nochmal? Jetzt hatte ich wieder. Was können wir mal nochmal bauen? Ach ja, guck mal. Wir haben mal nebenbei noch ein bisschen das Malediven-Thema. Wenn wir gerade nichts weiter zu tun haben, ne? 30 Sekunden. What? Und ich hab bisher nur einen Baum gebaut. Scheiße. What? Okay. Hier. Weihnachtskummel. Oh, 15 Sekunden. Da. Drei, vier, äh, vier, fünf, drei, äh, zwei. Nein. Time's ab. Okay, oh, schade. Oh, schade. Oh, schade. Okay, was hat man hier? Ähm. Ja. Das, äh. Da ist ein Geschenk mit dabei. Hm, find ich gut. Da ist ein Geschenk mit dabei? Oh, Faxer. Oh, Faxer. Ja, so weit hab ich noch nicht mal gedacht, weißt du? Oh, das ist das, äh. Auch ein Weihnachtsbaum? Ja. Weihnachtszeit, Weihnachtszeit. Aber mit Wolle gebaut. Macht euch Wolle bereit. Und Tropenholz. Tropischer Weihnachtsbaum, ne Fichte. Ne deutsche, tropischer Fichte sozusagen. Noi. Jetzt hat die Geschenke hier auf den Baum gelegt, alles klar. Das ist süß. Oh, guck mal hier. Was ist denn das? Da hat auch jemand einen großen Baum angefangen. Ah, der hat einfach einen gepflanzt und wollte bestimmt dann sich einen nach unten bauen weiter. Meinst du? Kann ich mir vorstellen. Okay. Ja, ist okay. Amazing. Die Matrix. Finde ich nicht schlecht. Oh, das ist natürlich großartig. Guck mal, das ist ganz großes Kino. Was ist denn das? Das ist, äh. Man. Ein Ensemble von Weihnachtsbäumen mit rosa Christbaumkugeln. Das kannst nur du sein. Das kannst nur du sein. Weil du so gelb bist. Aber ich hab Eis als Fußboden. Das stimmt. Oh, guck mal, der hat auch Geschenke. Ja. Oh, ja. Ne? Ja. Arbeitskraft. Das find ich gut. Das gefällt mir. Oh, guck mal, noch einer. Oh, das find ich, äh, ne? Das sind ja mehrere Geschenke. Hat keine Christbaumkugeln. Ja, das ist nicht so schlimm. Wer war das denn? Chrissy vielleicht? Nee. Reptile Kais. Cool, cool. Okay, warte mal, hier der MP. Was sind die da? Oh. Ach, heiße. Das ist was ganz anderes. Ähm, ich würd' sagen, das ist ein Krematorium. Ohohoho, I steal Gift. Ohohoho. Better than, was steht da? Better than Twilight. Ah, ne, scheiße. Ach, Chrissy LP, du. Wurst. Zum Glück hab ich mal ISR-P-Ding gedrückt. Ja, ja. Was ist das denn? Das ist awesome. Hä? Awesome. Und er schon wieder? Also. Schiesel LP. So, was haben wir denn hier? Das kann ich mal schreiben. Mal, hier sind sogar Villager. Gibt's zu Weihnachten. Was? Ah, Fechser? Sch, Fechser. Oh, guck mal, Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. Ne, das ist nice. Ja. Das ist richtig nice. Oh, guck mal, der ist sogar in Deutschland. Was ist da los? Das sind Bäume. Die bauen, die alle so in Krematobium? Was ist in dem Häusl drin? I don't know. Nix aus seiner Bank. Okay. Blue Pro. Aber da hat zumindest leichte Kugeln im Tor. Oh, guck mal, Weihnachtsmann Schlitten. Sehr schön. Halli. Ich finde nämlich eigentlich diese Idee mit den Geschenken blöd. Weihnachten ist nicht Geschenke. Weihnachten ist hohe Übersinnlichkeit. So, ich werde gehen, oh, mit dem Weihnachtsmann, aber verdient. Secret Letzter? Ja. Verdient. 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 Oh, der Weihnachtsmann war auch am coolsten. Ich stehe da gar nicht drin. Nee, du bist schon mit dir. Du hast zu disqualifiziert da vorne rein. Okay, Liebnis. Der schöne Nummer. Nächste Woche geht es weiter mit Master Builders und ja, mal gucken, was da wieder schönes waren kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst mal einen Daumen da. Bis dahin. Tschüssig. Haut rein, Leute. Tschüßen. Tschüßen.